Was zum... Und Robin, wann kommt unsere Duel-Montage? Können wir eine Triple-Montage machen, Nico? Ja. Heute muss das noch fertig werden, Nico. Wie man seine Leute verarschen kann. Kannst du mit dem Auto über ein Team killen, kannst du dir. Also, der kriegt da einen Selbstmord. Du musst da mit dem Auto anfahren. Bei mir schwebt hier gerade ein Heli von sich dahin. Der schwebt nach oben. Du musst da so einen Typen mit dem Auto anfahren und vorher aussteigen. Das leere Auto, den du lieber rollst. Ich hab gerade Granat-Heli drauf. Alter, Nico, join mal meinem Server. Hier schwebt gerade ein Heli davon, der zeigt Sinnkrieg nach oben. Und das ist ein Meter über dem Boden. Oh Mann. Alter. Der drängt sich hoch. Alter, bitte join mal. Was ist das? Du kannst ja bei Metro immer noch unter der Erde. Ja. Um über so einen komischen Stromkasten oder so. Ich frage mich nur, wie Tobi so viele Punkte pro Minute machen kann. Ja, wenn du nicht gewohnt wirst. Ja. Wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest, würde ich so hoch 1000 Punkte pro Minute machen. Angeber. Ist aber so, wenn du nur die gleichen Karten spielst. Hm. Und der spielt ja nur Metro oder viel Jet. Verdammt, das macht der ja nicht. Achso. Das war's. Ja. Nee, ist voll. Außerdem spielt er zusammen mit Rapid Fire Control. Der ist jetzt, der Heli ist jetzt ohne Scheiß 5 Meter über dem Boden, Kopf über. Und schwebt da ganz langsam vor sich hin. Also, wenn du mal eine Runde Battlefield 2 spielen willst. Ja, als ob. Battlefield 2, nicht Battlefield 2. Ah, jetzt hab ich's verkackt. Dann soll ich das installieren und mach das. Warte. So, was?